hallo freunde nachter bin ich wieder euer sah du mit einer neuen folge aggressor sind sie in rom ja letztens wie weit geht es eigentlich groß letztens haben wir hier ja mal sie besiegt es war ein jahrelanger krieg gegen die aber jetzt hier oben die letzte stadt von denen gefallen ich glaube das war die letzte stadt hier der loser oder agenum ja und unsere legion unser prinzip es marschieren weiter zurzeit haben wir hier oben gegen keinen anderen mehr krieg auch wir haben natürlich noch gegen kartago krieg die kursiker schwer unter druck setzen die können wir noch ein bisschen bei reparaturen durchführen das ist die steinmine der rest läuft doch mal hier die stadt dem robot haben muss repariert werden und was haben wir noch agenum ebenfalls reparierbedürftig so jetzt wundere ich mich gerade was hier mit dem sound ist bisschen leise uns was übelst laut es ist übelst leise was da los es ist natürlich wieder zu laut passt ja kann man eigentlich weiter machen unsere flotten produktion läuft ja auch noch auf hochturm ja und da alles produziert und dann machen wir einfach mal eine runde weiter die kursiker ist nach wie vor schwer unter druck die prinzipien hält stand und hält stand die frage ist wie lange noch die haben unsere flotte entdeckt kartago greift unsere flotte an aber wir haben gewonnen 3er 5er angriff 7,1er verteidigung sehr gut jetzt haben sie unsere flotte entdeckt kann man theoretisch auch aus der atria auslaufen und uns auf den weg begeben um hoffentlich die vorherrschaft im mittelmeer zu übernehmen die perischen stämme ich denke das werden unsere nächsten gegner werden ich habe einfach keine lustige ganzen legionen und die hilfstruppen da sind ja bestimmt vier fünf armeen die da zurückzuziehen es dauert einfach noch eine weile wir kartago immer kartago die seherrschaft abgenommen haben ja die kelten habe ich ganz schön ausgebreitet mama mia krass massieren ganz schön viele truppen an unserer grenze gefällt mir überhaupt nicht könnten wir auch erstmal noch mal kurz abwarten bevor wir den iberischen stämmen den krieg abklären das tolle mehr ein paar jahre will dass wir den frieden beenden mit athen nö machen wir nicht ja das ist auf korsika die stadt steht halt schwer unter druck das wird repariert alles gut alles fein das freie städte das sind schon die iberischen stämme gallische stämme mit denen man auch kriegt hier ist schon kartago also uns ist eigentlich nur noch sind eigentlich nur noch die iberischen stämme im weg und dann kommt es doch wann was die kelten machen wenn die uns dann ja auch noch einen krieg erklären sind wir im drei fronten krieg iberische stämme gelten und kartago deshalb warten wir dann erstmal kurz ab so jetzt schauen wir uns hier mal die drei riemen an und da haben wir eine drei riemen der gegner versenkt sehr schön neue triemen die auch schon komplett ausgebildet ist da wagen wir uns mal mit unserer flotte vor kartago hat uns ja sowieso entdeckt wobei wir könnten noch 12 gebrauchen wir bewegen uns mal nach barium barium wird erstmal der ausgangspunkt unserer flotte schau euch das an wie schnell die teile sind wahnsinn wie weit die kommen schlappen gehen ach ja eh war ähm skippen mal so ein aussetzen eine runde nächste triebner vorwärts wir können noch weiter produzieren also zwei können wir ruhig noch bauen die lassen wir erstmal hier das ist die galere der siedler mit dem haben wir hier ein feld gebaut die straße führt nach marseille was machen wir mit dem siedler also noch etwas zu bauen ja wir können die ganzen minen noch anbinden was wir hier halt auch gemacht haben die können wir auch noch anbinden die prinzip ist fertig die hatten wir ja stehen weil wir angst hatten dass die uns hier über alle erst gefallen ist einfach wieder über gelaufen scheibenkleister aber kann man nichts daran ändern das ist ein grund mehr dass man die truppe erstmal hier stehen lassen mal gucken was die mit den botenarmeen machen werden die muss man aus heilen lassen lohnt sich sogar mal ein self heal raus zu ballern naja ein self heal sag ich schon so einen anderen heal so einen guten heal aber kann man gar nicht machen wo wir um die gleich in der stadt gleich in der stadt ist das wenn ich noch mal zurückziehen und ein bisschen heilen Hier hatten wir glaube ich eine Invasion zurückgeschlagen, der Cartaga. Die Legion hat mir ausgebildet, jetzt schicken wir sie mit hoch. Die Stadt kann man ja gründen, wollen wir eigentlich nicht, dann wird die Runde auch schon wieder beendet. Wir haben doch hier oben eigentlich noch ein paar schlafende Trieriemen. Das ist die fünfte und wenn ich das richtig sehe, haben wir hier noch eine. Das ist die sechste, sechs Flotten. Sechs intakte Flotten, eine angeschlagene Flotte. Sind noch welche im Bau? Das würde mich interessieren. Ich glaube es sind keine mehr im Bau. Nein. Einen Menschen haben wir genügend, Eis haben wir genügend, Holz, sieht auch noch gut aus. Gold. Das geht schon noch. Wir brauchen die flotten Überlegenheit. Wunderbar. Dann können wir die Runde beenden. Mal schauen, was Cartago unternehmt. Und vor allem die Kelten, die da oben ganz schön Bodentruppen massiert haben. An unserer Notgrenze. Der PROS geht weiter gegen AP vor. Ich gieße mir derweil mal einen Schluck Tee rein. Ja, noch könnt ihr schön durchs Mittelmeer kreuzen, ihr Cartago. Ich hoffe nicht mehr lange. Athen und Sparta sind jetzt eigentlich in Südgriechenland so die dominanten zwei Völker. Ich habe die Kelten eigentlich schon gezogen. Das würde mich mal interessieren. Jetzt sind sie dran. Die haben da irgendwas vor. Ich könnte mir das noch nicht erzählen, Leute. Ich sehe hier. Eins, zwei, drei. Oh Gott, ich habe Schreck gekriegt, dass sie uns angreifen. Aber ne, das ist nicht tragisch. Das ist nicht schlimmer. Die ziehen drei, vier Bootenarmeen Richtung Gallien. Die Kelten. Okay, abgebrochen. Ein Handel zwischen Athen und uns. Die Ptolemae Empire will Stadtsichtbarkeit haben. Können wir machen. Wow. Die haben sich ja ganz schön gemauert. Das sind alles. Das sind alles ptolemäische Städte. Die haben komplett Kleinasien übernommen. Heftig. Krass. Ja, das wird schon noch eine ganz schöne stückische Arbeit. So. Wollen wir noch auf die zwei? Ne, wir ziehen raus. Wir haben sechs Flotten und eine angeschlagene. Auf geht's. Lasst die Seeschlacht beginnen. Wir werden uns erstmal dieser kleinen Flotte angehen. Totale Überlegenheit. Ja, das sind Riemen. Drehriemen. Und weg ist das Schiff. Wahnsinn. Das ist die eine Galeere, die ja abgeschnitten rumliegt. Abgeschnitten von allen anderen. Wir werden Hilfstruppen an die Notgrenze beurtern. Falls die Kelten irgendwie auf dumme Gedanken kommen sollten. Hier oben haben wir glaube ich auch schon Hilfstruppen stehen. Ah, das ist ja gar nicht Prinzipes. Wir wollten mal eine Straße bauen. Aha, haben wir schon. Sehr gut. Ich hatte das uns vor uns dann hier angezeigt. Und kann man die Siedler ja nach hier hinschicken. Ah, ich habe rechte Maustaste gedrückt. Die linke Maustaste ist der Bewegungsbefehl. Die Hilftruppen müssen weiter aushalten. Wir haben so die Prinzipes. Die sind voll ausgereift. Die können wir schon langsam an die Grenze ziehen. Die iberischen Stämme hier oben. Kann natürlich auch sein, dass die Kelten jetzt noch ein Stück von den iberischen Stämmen abhaben wollen. Eine frische Legion, die muss noch ein bisschen heilen. Dann springen wir mal hier. Dann sind wir wieder bei der Flotte. Auf geht's. Ausgeglichene Chancen. Greifen wir an. Wir haben nur 700 verloren, die fast 6000. Anorm. Den kommen wir nicht. Oder doch, wir kommen da ran mit dem. Doch, ne. Scheibenkleister. Das ist die angeschlagene, aber wir haben wieder angeschlagene noch mit 4er Angriff. Und da sollte das eigentlich kein Problem sein. Sehr gut. Da muss man definitiv noch eine ausgeheilte Flotte drüber ziehen. Sehr schön. Und hier unten auch die angeschlagene Flotte ebenfalls. Noch eine frische Flotte drüber ziehen. Und hier unten. Die Flotte. Und hier unten. Da ist das nächsten Tag. Das Album. Und hier unten. Das Album. Und hier unten. Die Flotte. mehr zur Verfügung. Wir ziehen jetzt mit dieser Prinzipper-Scan die Bärische Halbwindel auf geht's. Da ist eine Armee drauf. Wir sind gespannt, wie die Seeschlacht weitergehen wird, Freunde der Nacht. In dem Sinn, bis dahin, haut rein, euer Zahadoum.